Musik Ich darf Sie wie immer ganz herzlich begrüßen zu unserem Kulturpunkt, der sich dieses Mal ganz der Musik widmet. Dem musikalischen Mainstream trotzend stellt sich nun nach mehrjähriger Abstinenz Robert Hermes-Hörmley erneut dem Spitzengehör des hiesigen Bürgertums. Bewaffnet ist er am 20. Mai ab 20 Uhr im Zimhager Theaterkeller mit deutschsprachigen satirischen Liedern und seiner Band Zentralorgan, mit der er seit 2014 heimlich probte und nun bereit ist für die Feuertaufe. Durch den Abend führt Karl Kinninger. Mäuschen Max hört auf sein Herz ist eine barocke Tiergeschichte über das Suchen und Vertrauen und auch gleichzeitig ein Mitmachkonzert für Familien mit Kindern von 0 bis 6 Jahren. Das Ensemble Klang Memory lädt mit seiner Musik die Babys, Kinder und ihre Vertrauenspersonen am Sonntag, den 29. Mai ab 14 Uhr, in das Quölb zu Feldpichel ein, um gemeinsam zu hören, zu singen, zu tanzen und miteinander Zeit zu verbringen. Frech, clever und mit großem Können lässt das mit Echo ausgezeichnete Ensemble Neo-Barock die vermissten Triosonaten Bachs erahnen. In der Regel haben die in mehreren gleichberechtigten Versionen existiert. Oftmals ist heute nur noch eine Version überliefert. Aus der Sicht Bachs bedeuteten Neufassungen nicht, dass das Original damit seine künstlerische Geltung verloren hätte. Vielmehr haben wir es mit einem lebendigen Prozess seiner Musikziehhaltung zu tun. Unter dem Titel Metamorphosen ist Bach am 14. Mai ab 11 Uhr im Kolomanis-Saal im Rahmen der Barocktage zu hören. Nun zu einem weiteren Highlight der Barocktage. Die Stiftskirche Melk gilt als barocke Vision des Himmels. Mit ihrer Architektur und Gestaltung wollte man die Hoffnung und das zu erwartende Unfassbares sichtbar machen. Niemand kennt die Stiftskirche wohl so genau wie Altabt Burkhard Elégast. Niemand kann so packend und persönlich zugleich Einblicke in dieses einzigartige, zur Verherrlichung Gottes geschaffene Kunstwerk geben wie er. Zu erleben am 15. Mai ab 18.30 Uhr in der Stiftskirche in Melk. Anmeldung unbedingt erforderlich. Das waren sie, die kulturellen Tipps. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zusehen bedanken und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Die Stiftskirche Die St Stiftskirche